FANTOMBANE Weiter geht es mit dem Metal Gear Solid V The Phantom Bane. Gesamtfortschritt 50%. Auch wenn wir schon viel mehr Nebenoperationen haben. Haben wir schon 59%. Okay wir hängen ja auch immer noch bei Missionen irgendwas bei 30, 32 oder so. Wo waren wir? 34 sogar. Ah dazu später irgendwann mal. Das ist sowieso schon eine Mission die wir schon gemacht haben, nur schwere. Panzereinheit 03. Warum nicht? Lange keine Panzereinheit mehr gemacht. Okay das könnte natürlich auch ein guter Platz für ein Panzer sein, oder? Ich meine der wird ja wohl kaum hier irgendwo auf dem Berg stehen. Wenn wir Pech haben ist hier gleich der Panzer. Und am Morgen. Und am Morgen. Und am Morgen. Waffen aufheben. Das finde ich natürlich doof das Waffen aufheben. Wenn ich den Soldaten aufheben möchte und dann plötzlich die Waffe in der Hand habe und mein Icon abgelegt habe, die besser ist wie die, die der Soldat hat, dann mag ich das nicht. Ja. 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 Ja, ja. Warum wird mir das Ding schon markiert? Sind wir drüber geflogen oder was? Achso, das ist ein Heli...ilie Kapte. der aber in der richtigen Richtung fliegt. Schlecht. Schlecht. Naja. Oh, ich will niemand. Und mit denen kann ich as much Spaß haben hier. Was, der sieht mich? Wieso? Oh. Die haben doch schon einen Alarm ausgelöst. Was soll das? Die werden sowieso dann wieder aussortiert irgendwann. So lange die noch A's haben, könnte es sein, dass die noch in die Gruppe irgendwie reinkommen, aber... ...detektiviert. The map has been updated. Er kommt, auch. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Embro�ido. Aber das geht nicht. der macht wohl nicht aufschlag, kann man evolutionen. Ich gehe nicht aufschlag, dass sie damit verliebt haben. Ich bin nicht mehr. Ich muss das nicht mehr aufpassen. Keine Gaulern. Wenn du glänzen. Sie schlauchten, können Sie mit einer anderen Gruppe schießt. Die Musik und gehen. Die Mauswarte ist gestrich 10. Todrunner, den konnte ich nicht leben lassen. So, jetzt aber erstmal... Auf zum Panzer. Wo steht denn das Panzerchen? Muss ja dann wohl irgendwo hier in diesem Bereich sein. Sonst würde ja wohl der Helikopter hier nicht drüber fliegen, der alles beobachtet. Obwohl, der gehört auch noch mit dazu. Scheiße. Das ist jetzt scheiße. Das ist der Target. Die standen da so gut gerade. Okay. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Oh, jetzt sehe ich auch den Panzer. Und da sind auch die Schäfer. Helikopter kann ich ja irgendwie gar nicht mitnehmen, fällt mir gerade mal so ein. Den Peace Walker könnte man die schön ausschalten und mitnehmen. Die Schäfer wurden verletzt. Die Schäfer wurden verletzt. Du hast ihn verletzt. Du hast ihn verletzt. Die Schäfer wurden verletzt. Die Schäfer wurden verletzt. Die Schäfer wurden verletzt. Analyse ist erledigt. Er kommt auch. Schau das. Gut, jetzt muss ich noch warten bis der Raketenwerfer ankommt. Er kommt komplett. Aber jetzt haben wir was. Viele Mitarbeiter entlassen? Passen wir nur 350 in den Wartebereich, ja? Aber ich hoffe, es werden nur die schlechten entlassen. 1400. Ja, Es und Cs und Ds. Im Einsatz getötet, schade. Das ist Pequot. Wir kommen kurz an LZ. Das ist Pequot. Das ist Pequot. Auf Station an LZ. Das ist zu sehen. Das ist eine Runde. Das ist eine Runde. Das ist eine Runde. Das ist eine Runde. War eigentlich auch wieder einfach. Na gut, alles was nicht schwere Infanterie ist, ist einfach. Na egal. Irgendwann habe ich wirklich nur noch A++ bis A's, dann finde ich aber auch viel zu wenig S gerade. Tja, da können wir gerne noch eine Nebenoperation machen. Was haben wir denn für Belohnungen bekommen? Kein B und kein A Personal. Hä? Machst du mal eine schwarze Karotte? Na okay, dann ist die eine Mission ja gut gegangen. Okay, A++. Dann muss ich jetzt mal... Schwarze Karotte, genau. Ressourcen. Schwarze Karotte hier. Machen wir mal 400, ne? So schnell wieder Geld gemacht. Warte, ich habe schon wieder über 2 Millionen. Kubschrauber. Please specify a project. Kürzeren Sendungszeit. Wieso kostet mich das 500 Treibstoff? Lautsprecher an. Hochleistungsaußenbord Lautsprecher. Ich habe hier ein Soundsystem, das entwickelt wurde, um die Moral der eigenen Truppen anzuheben. Ach so. Mhm. Luftbotenraketenwerfer, weil ich einfach Raketen habe, welche keinerlei Steuerungsmechanismus besitzen. Ach so, okay. Weil ich Geld habe. 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 Mann, Stoppwirkung erhöht. Noch mehr Raketen. Was? Ach so. Wäre vielleicht mal ganz wichtig. Das ist richtig, ne? Panterung. Okay, das kostet aber auch gerade wieder. Ich will lieber nochmal bei Waffen Gegenstände gucken. Please specify a project. Sieht aber sowas, als hätte das Ding auch einen Schalldämpfer drauf. Schalldämpfer, Haltbarkeit, Mittel. Egal, jetzt. Okay, dann war es das erstmal mit Geld. Ich mache jetzt trotzdem noch eine Nebenoperation. Panzeinheit 04. Bitte wähle einen Landseite in Central Africa. Warum habe ich den schon wieder dabei? Achso, stimmt. Habe ich wegen dem Helikopter angefordert. Warum muss ich das Ding aber auch jedes Mal wieder... ...auswählen? Jedes Mal wieder auf meinen Sniper wechseln? Was versucht, die Kamera, die Kamera und das voiture einfach geklert haben. Es geht um die Kamera. Schmerzen Sie ihm ab, was du mit dem Genie auf den Daten. Was wird das Ding da sein? Was ist das Ding? Was ist das Ding? Er ist super für dich? Ansonsten aus dem Grunde... Das Ding ist, der Moment. Ah, schon wieder ein Heden. Er ist nicht wahr. Wollen wir mit dem jetzt noch zusammenstoßen, oder was? Ist ja nicht so, dass er mich nicht sieht, ne? Der Heli wird mir schon wieder die Richtung zeigen, jawohl. Irgendwo hier wird sich der Panzer befinden. Okay. Okay. Hat er mich gesehen? Scheiße. Die wecken den auf, verdammt. Hä? Ich schieße in mitten seine Fresse und treffe den Helm. Was soll der Müll? Das Ding hier müsste mal richtig eingestellt werden. Ist klar! Ist klar! Der Panzer rupt und die Wagen auf. Wie dzie há творen! Dasgüße mit Ausdruck. Dasgüße. Oder wird es. Um ein Fahrzeug neubestellenéric Dank, einmal ein Auto zu fahren? Also wird es wieder der Schne call da mit dem Feuer. Aufdeck. Wenn doct. Am einen H 막en? Ich wahrscheinlich habe Tricks eine sommige die Jauneithin. Was還是 werkt developieren? Oh, nein, was du wäre klar? Oh nein, ich war schon fast da. Oh nein, ich war schon fast da. So, jetzt hat sich's ausgehobt hier. Oh nein, ich war schon fast da. Oh, ich war schon fast da. Oh nein, 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 ich war schon fast da. Und boom. War auch wieder irgendwie ein bisschen zu einfach gerade. Und kann sich ja unendlich Zeit lassen. Aber das mit dem Panzer, dass der hupt und die wieder aufwachen, das gefällt mir nicht. Das finde ich auch unrealistisch, weil man betäubt die mit Betäubungsmittel. Und nur Hupen weckt sie wieder auf. Was ist das denn? Wenn man erstmal so ein Betäubungsmittel bekommt, dann kann man auch nicht gleich wieder aufstehen. Egal wie laut die Umgebung ist. Und selbst wenn man aufstehen würde, würde man nicht gleich gerade laufen können. Das ist Pequat, auf Station an LZ. K-Altatude! Departieren! Hm. Extraction arrived at Motabase. Aktion Überfälle. Das nächste Mal war, glaube ich, wieder eine Panzeranleit dran. Das nächste Mal war, glaube ich, wieder eine Panzeranleit dran, ne? Ich guck schon mal, was wir in der nächsten Folge machen. Kleiner Spoiler. Oh, Elite-Soldat 09. Wo sind 10, 11 und 12? Ach ja. Hab ich das vielleicht mit den Gefangenen verwechselt? Okay, dann beim nächsten Mal noch ein Elite-Soldat. Bis dann.